Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie du eigentlich den Kartuschenfilter wechseln und somit die Filterkartusche beim Pool richtig austauschen kannst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei meiner Filterpumpe von Intex, doch bei den meisten anderen Hersteller und Modellen funktioniert es einfach genauso. Zuerst einmal sollten wir unsere Pumpe ganz einfach vom Strom nehmen. Danach diese am besten auf eine Erhöhung, wie zum Beispiel einen Stuhl oder Hocker stellen, dass sie einfach über unserer Wasseroberfläche liegt. Dann würde ich die Pumpe jetzt am Boden unten stehen lassen, dann würde sich beim Austauschen vom Filter auf jeden Fall der Pool langsam über diese entleeren und das macht das Ganze einfach nur noch schwerer. Als nächstes können wir mit einer Hand die Pumpe auch schon unten festhalten und mit der anderen Hand nehme ich jetzt mal meine dunkelgraue Verschraubung hier oben und drehe diese einfach gegen den Uhrzeigersinn ab, entnehme sie und normalerweise kann man den Deckel jetzt auch schon runternehmen. Bei mir ist aber noch ein ordentlicher Druck bzw. Unterdruck da drin, weswegen ich das Entlüftungsventil mal noch etwas gegen den Uhrzeigersinn löse und dann können wir normalerweise nach kurzer Zeit unseren Deckel auch schon ganz einfach herunterziehen. Die alte Filterkartusche kann ich somit auch schon ganz einfach nach oben rausziehen. Meine ist natürlich jetzt noch relativ sauber, aber für das Video sollte es auf jeden Fall ausreichen und falls sich bei dir jetzt irgendwie diese Gummidichtung hier lösen sollte, auch kein Problem, die danach einfach wieder in die entsprechende Einkerbung hier oben reinsetzen. Bei der neuen Filterkartusche ist es jetzt übrigens vollkommen egal, wie wir das Ganze einsetzen. Diese muss aber natürlich für die Filterpumpe auf jeden Fall passen und es ist nur wichtig, dass wir sie hier unten in diesen kleinen Kreis einmal richtig einsetzen. Auch normalerweise sollte es auch schon von alleine dann einrasten. Den Deckel ganz einfach wieder von oben aufsetzen und danach nehmen wir mal wieder unsere Verschraubung und schauen, dass diese im Uhrzeigersinn sauber anpackt und drehen diese dann auch handfest zu. Das sollte normalerweise ausreichen. Das Ventil lasse ich jetzt übrigens noch offen, denn wenn ich jetzt die Pumpe auf meinen Boden runterstelle, dann entlüftet sich diese auch schon automatisch. Wenn sie wieder am Boden steht und hier oben Wasser rauskommt, ist die Pumpe auch schon richtig entlüftet und wir können das Entlüftungsventil einfach wieder im Uhrzeigersinn verschließen. Das Wasser oben drauf kann ich ganz einfach mit einem Tuch entfernen und jetzt sollte man nicht den Fehler machen, die Pumpe gleich wieder einzuschalten, sondern wir sollten erst einmal noch die Luft aus unserem Schlauch rausbekommen. Deswegen am besten einfach mal den Schlauch hier langsam Richtung Pool erhöhen. Wir können sehen, die Luft steigt auch schon automatisch nach oben. Können hierbei gerne auch noch ein bisschen diesen Schlauch hier bewegen und Richtung Pool jetzt einfach immer weiter erhöhen, so dass die Luft am Ende auch bei unserem Anschluss wieder nach oben in den Pool reingeht. Das selbe Spiel bei der anderen Schlauchseite natürlich auch. Ich würde sagen, bei mir schaut das schon relativ gut aus. Und zum Schluss schließe ich meine Filteranlage auch wieder am Strom an. Die Pumpe arbeitet wieder einwandfrei, es ist hier oben auch alles dicht und normalerweise schaue ich alle paar Tage mal in meinen Filter rein, wie die Filterkartusche ausschaut. Reinige sie dann erst einmal noch manuell. Hierfür habe ich übrigens auch schon ein extra Video gemacht und wenn das Reinigen irgendwann auch gar nichts mehr bringt, dann wechsle ich diese Filterkartusche aus. Wenn du dir für zu Hause eine neue Filterpumpe in verschiedenen Stärken oder auch gleich mehrere Filterkartuschen auf einmal zulegen möchtest, um einfach etwas Geld dabei zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.